Hallo ihr Lieben, ja ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und habe den kleinen Mann von der Kita abgeholt und ich habe ihm jetzt nämlich den Fernseher angemacht, damit er ein bisschen Kika gucken kann und ja ich habe nämlich die Brigitte-Box bekommen und das ist die Brigitte-Box für den Monat Dezember. Dieser Karton war zumindest komplett voll heute, natürlich wieder mit einer Zeitschrift, eine Brigitte, was sonst? So jetzt macht der kleine Mann ein bisschen krach hier, aber ich hoffe ihr versteht mich trotzdem. Ich muss das jetzt abwählen, weil ich ganz ausgeriebt bin, ich möchte die nämlich jetzt öffnen, ich kann es aber kaum erwarten diese Box zu öffnen. So, dann gab es aber nochmal Hello Gorgeous, ein Plakat, das hänge ich mir unten auf an meinem Schnittplatz. Dann gibt es dazu noch jede Menge, ja so ein Gutscheinbuch glaube ich, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen, wenn ich dann jemals Zeit habe und jede Menge Gutscheine für andere Produkte. Und hier, das gab es auch noch mit dabei im Paket, im Karton, Be in Shape, Feed My Body, irgendwie fünf Sachen zum Abnehmen oder so, irgendwie so ein T ist das glaube ich. Ah, ich glaube das ist ein Tee. So, aber jetzt erst mal zum Wichtigsten, wir öffnen die Box. So, und jetzt öffnen wir die Box. Ja, ich habe sie noch nicht aufgemacht, ich mache das mit euch zusammen. So nur, muss jetzt ein bisschen leiser sein. Ja, jetzt geht es los, ich liebe das. Hier in dem kleinen Folder steht immer drin, was in der Kiste ist, ich schaue jetzt aber nicht rein, weil ich mich überraschen lassen möchte. So, noch ein Gutschein für frische Blumen und ah, jetzt geht es los. Intensivkur Hyaluron von Nivea und zwar ist das für die Augen, denke ich mal. Eine Hyaluronenampulle, wie cool. Das ist dann für die Haut, hier Dekolleté und so. Ja, dann sieht man sehr schön frisch aus. Freue ich mich drüber, ich liebe sowas. Wunderbar, passt schon mal. Dann haben wir nochmal Anti-Aging-Fleece-Maske. Cool. Das ist von der Marke Chiara Ambra oder sowas. Und Parabenfrei, sehr gut. Achso, das sind diese coolen Masken mit den Gesichtern, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das ist ja cool, so eine Fleece-Maske. Die werde ich auch mit Hyaluron, ja, die werde ich dann nachher, falls ich Zeit habe und der kleine Mann hat sich ins Bettchen gelegt und schläft artig. Und dann werde ich mich abschminken und dann vielleicht nachher diese Maske machen. Aha. Na, guck mal an. Von Freiöl haben wir hier was. Dieses Pflegeöl. Von Freiöl. So haben wir hier das Licht. Verwirken, regeneriert für trockene Haut. Ja, ich habe sehr trockene Haut. Das Coole ist ja bei der Brigitte-Box, man hat ein eigenes Profil. Das gibst du an und dort gibst du an, was du für ein Hauttyp bist, was du für eine Haarfarbe hast, ob du glatte, wellige, lockige oder fettige Haare hast. Fettige. Und was du halt für ein Typ bist, dann wirst du dir halt dementsprechend passend irgendwelche Produkte schicken können. Macht ja keinen Sinn, mir Sachen zu schicken für irgendwelche blonde Haare zum Beispiel. Und das Coole ist, da kriegst du die Sachen schon so ein bisschen, ja, customized. Und das ist hier für trockene Haut, ein Klegeöl, ein Bodyöl. Das ist ja mal sehr gut. Ich liebe sowas gerade im Winter, ich leide sehr zu trockener Haut. Dann haben wir hier MyLine, ein Fitnessriegel. Ich stehe nicht so auf Fitnessriegel, ich mache mir solche Sachen lieber selber. Und mit L-Carnitin, ja, 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 super, super. Das ist, ich stehe da nicht so drauf, weil das ist so ein gemixtes Produkt. Und, ja, weiß ich nicht, ich stehe da irgendwie nicht so drauf. Lieber was selber machen. Oh, da haben wir hier, cool, so eine Riesenbottle, Leute. Those Lemonade Days. Ich muss das riechen. Die Sachen riechen ja bekannt nicht sehr gut. Ja, ganz lecker riecht das. Guck mal, Habibi. Willst du mal riechen? Ja. Ja, komm mal her. Riechen, einmal riechen. Ist das lecker? Ja, riechen. Damit können wir morgen duschen. Aber musst du wieder aufmachen. Äh, zumachen, Noah. Zumachen. Ich sehe jetzt schon den Spieleteppich, wo seine Autos drauf platziert sind. Ich sehe den gleich schon voller Lemonade, Shampoo. Nur riechen und wieder zumachen. Okay, jetzt komm mal her. Hier ist das nächste. Komm mal her, ich habe noch eins. Komm mal her, Habibi. Guck mal, ich habe noch eins. Hier, Leute. Noch eins. Ginger Morning. Das kenne ich. Das hatte ich auch schon mal. Ja, das finde ich gut. Hat ein bisschen was von Brause. Hier. Danke, mein Schatz. Da, auch hier. Willst du riechen? Ja. Okay. Ja, der kleine freche Fratz. Und was habe ich hier? Pretty Rose Hearts. Nee, Quatsch. Doch, Pretty Rose Hearts. Was soll das denn sein? Ich bin nur für kurze Zeit erhältlich hier drauf. Für was denn? Für Bodylotion oder was? Körpermilch und... Ah, das ist eine Körpermilch mit Mandelöl. Guck mal, wir haben jetzt eine Ampulle. Ausprobieren direkt. Direkt ausprobieren. Alles hier ausprobieren. Nur, willst du auch mal ausprobieren mit Mama? Voll pink, ne? Oh Gott. Oh, lecker. Riecht super gut. Riecht nach Sommer. Sommer. So, was haben wir denn noch? Von Dr. Pierre Rico. Da hatte ich auch schon mal was von. Auch in so einer Box. Ich glaube, das war in der Glossy... Ja, oder... Ja, genau. Irgendwie so. Was wollte ich sagen? Was ist das denn hier? Auch wieder Hyaluron. Nie denke ich, ich bin voll alt. Alles voller Hyaluron. Ein Sour-Antirid ist auch auf jeden Fall was gegen Augenringe. Antirid. Und das finde ich super. Ich bin ja immer müde. Ich bin Mama. Ich bin dauer müde. Chronisch müde. Immer müde. Ja. Und das kann ich sehr gut gebrauchen. Morgens und abends auch die gereinigte Haut auftragen. Ich freue mich sehr darüber. Und riecht das gut? Ja. Okay. Super. Herr Mibi, danke schön. Ja. Können wir gucken, das ist der Sandmann. Und der Sandmann fängt gerade an sich da drüben. Und Noah freut sich schon, oder? Helfen. Helfen. Guck mal, soll das aufmachen. Nein. Das lassen wir zu. Zum Mama. Zum Mama Beauty. Ja. Damit du mich immer schön findest. Okay? Damit du mich immer gut findest. Ja? Ja? Muss Mama sich schön mit Hyaluronsäure einschmeln, oder? Ja. Ja, Mama muss sich mit Hyaluronsäure einschmeln. Yay. Ich habe jetzt mal hier diese Teepackung geöffnet, die beigelegt war. Und das sind hier so fünf Dinger. Das ist ja abgefahren. Ich habe noch nie so einen Tee gesehen. Das nennt sich Tea to go. Und das hilft beim Detoxen und Abnehmen und sonst irgendwas. Okay. Ich werde es ausprobieren. Fünf Tage lang, oder was? Und das schüttelt man auf auf... Achso, die kannst du dann fünfmal aufgießen mit heißem Wasser. Das ist hier zumindest beschrieben. Sieht zumindest sehr interessant aus. Das ist mal eine andere Art von Teebeutel. Habe ich noch nie vorher gesehen. Ich lasse euch das dann wissen, wie ich das gefunden habe. So, das war es von mir. Der Noah hat mir jetzt auch gerade die Teebeutelchen geklaut. Der Sandmann fängt gerade an. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, ich hoffe, die Box hat euch gefallen. Mir gefällt sie sehr gut in diesem Monat. Besser als im letzten Monat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ne? Dann schnell nachholen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bis bald. Tschüss.